Henni, nein, nicht so. Da, in der Konfi, mein Freund. Das hat's gebracht. Ja, in der Konfi sollst du anrufen. Das weiß ich ja nicht. Hallo. Hallo. Oh, sind ja schon viele. Alter, Jonas, verpiss dich. Alter, jetzt ist der Haus. Jonas, du Arsch. Jonas, du bist. Fuck you, Jonas. Mach doch nix. Ich bin in deinem Vaionen Arsch. Okay, jetzt war recht. Ich will rot sein. Ich will rot sein. Ich will Jonas. Wir wollen alle so viel. Wir wollen alle so viel. Okay, dann bleib ich jetzt mal bei blau. Also, Katos, sei froh, dass Marke nicht da ist. Der wird jetzt ausrasten. Was? Quickplay Custom Play? Ja. Jetzt hab ich mich auch gerade gefragt, was das sein soll. Was soll ich machen? Äh, Custom. Okay, man hat auf gut Glück gedrückt. Auf den Kasten? Ja, genau. Kasten. Wer ist FCM? Achso, ich will sagen, das war ja. FCM? FCM, ja, was? Ich bin jetzt zwei vermöhrt. Was? Ja, 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 ja. Ich glaub, sind alle da, ne? Ich werde mal rumgetwittert, aber ich glaub, da kommt niemand mehr da, ne? Die schlafen alle schon. Er hat einfach fünf Mütter auf Twitter. Wer? Fünf Mütter und halb. Ach, du hast. Ach, du. Ja, okay. Ist ja gar nix. Nicht nur nix. Ist ja nix. Ist ja nix. Ich hab jeder mit, ich hab jeder mit 20. Ich bin Jonas. Wer hat eine IQ von minus 20? Jonas. Der hat Schokolade, ja. Ich liebe Schokolade. Ich gucke gleich die Schokolade. Ich liebe Kostelona. Three, two, one. Ich will meine Farbe wechseln, Mann. Alter. Zu spät. Zu spät. Soviel dazu. Du musst jetzt ne Runde machen. Oh Gott. Ich hab grad einfach die Ozu-Tasten. Bin ich dumm? Du darfst mich Handy nennen, wenn du möchtest. Ja, da gibt's Ozu-Tasten. Ozu-Tasten? Ja, oder so bist du da. Ich hab da immer, ich hab das immer mit der Maus gespielt. Ja, natürlich. Ja, ich spiel das jetzt mit Tasten. Das geht auch. Also mit, ja. Das geht auch, ich bin Jonas. Ich bin zu, für Ozu bin ich zu blöd. Das ist gar nicht so schwer. Ich kann's halt nicht. Ich kann's halt nicht. Ich weiß nicht. Ich versteh's halt einfach nicht. Okay. So, Curve hab ich ein bisschen gestreckt, damit's schön ausschaut auf dem Stream. Perfekt. Oh, ich hab nur eins bei Twitter. Und toll, genau jetzt. Fickt euch doch nicht. Zu mir leid. Zu angehört. So, und jetzt töt' ich dich. Ah. Indirekt hab ich dich getötet. Sorry. Was haben wir ihm nur angetan? Angetan? Ja, ich war... Mann, Leute. Ich hab's schon fast vermisst, aber auch nur fast. Ich wollte nur jemanden nicht so direkt drauf auftragen. Sollte ich immer merken. Ja, jetzt bin ich tot. Du. Ich bin doch was. Rache. Ange... Denk dran, du bist aber einfach mit angewiesen, ne? Inwiefern bin ich auf euch angewiesen? Ich weiß es nicht. Kein Plan. Es ist eine rhetorische Aussage. Och Mann, das wollte ich nehmen. Och Mann. Alter. Aber dafür konnte ich jetzt ein paar... Wack! Äh... 7-7... Okay, dann nehme ich. Komm ich da durch? Warte, Marky's on, Marky's on. Oh Gott! Holt ihn rein, damit er ausrasten kann. Auf Facebook, ich frage ihn mal. Wünsch mir Glück, dass er akzeptiert. Es geht weiter. Wünsch mir Glück, Leute! Okay, ich wünsch dir Glück. Danke. Das bringt es jetzt auf jeden Fall. Oh Gott! Wir haben es geschafft, du fette Stück Scheiße! Rundre! Oh Gott! Ich bin in dir gestorben. Das ist alles so. Der für Jesus! Mein Kopfhörer ist schon seit... Ich würde gerne in dir skypen. Äh, skypen. Sterben. Was? Ich würde gerne in dir skypen. Stell dir mal vor. Bäh! Bäh! Drei Mittag auf Twitter, ich kann nicht antworten! Twittersüchtig! Twittersüchtig! Also wieso? Wuh! 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 Ah, mein Kopfhörer ist zum dritten Markt schon kaputt gegangen. Das ist nicht schön. Zum dritten Markt schon kaputt gegangen. Zum dritten Markt schon kaputt gegangen. Ich weiß nicht. Dann musst du reden, Henry. Da hast du die einzigen Sachen, die bei mir kaputt gehen. Wow! 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 Okay, das hat sich gelohnt. Aber schon das dritte Mal ist schon... Wie gehen denn die Kopfhörer kaputt? Ich keine Ahnung, ich lege... Ich tue die immer in die Taste und ich höre... Und dann werden die ein bisschen da zerdrückt, aber mehr auch nicht. Ihr wisst nicht, dass die nur angeknackt sind und nicht kaputt sind. Ja, ich höre halt den zwei Stunden und das ist... Oder weiß nicht, wie viele Stunden ich da mit YouTube schaue. Also, ich schaue eigentlich so Hälfte, Hälfte mit... Wie viele Videos hat das eigentlich angesehen? Oder angeguckt? Nein! Oder angeguckt? Ernsthaft, das wird nicht besser, Leute! Es wird nicht besser, es wird nur schlechter. So viel weiter flach wird so... Wir können ja mal einen anderen Namen nehmen. Also, wir machen gerne auch solche Namen... Nein. Und dieses ist ein bisschen ein Zierlamm, oder? Von unserem Geschichtslehrer. Der heißt Herr Schenk. Schenkelklopfer! Ja, genau. Schenkelklopfer! Schenkelklopfer Returns. Das ist ein bisschen wie Käl... Und Anger, glaube ich, auch. Da muss ich mir gleich ein Glas einschenken. Obwohl, ich glaube, Jonas... Schenkelklopfer? Kennst du Schenkelklopfer? Nein, 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 nein. Und kennst du Schnitzel-Taxi? Kennst du nicht, oder? Schnitzel-Taxi. Wen? Schnitzel-Taxi? Schnitzel-Taxi! Schnitzel-Taxi, nicht Schnitzel-Katze. Bitte, Schnitzel-Taxi, äh, Schnitzel-Katze. Einfach, lass das hin, bitte. Äh, ich bin Halli. Was bist du nicht? Doch. Nein. Oh Mann, warum sterbt ihr alle? Ähm, das ist ein Spiel, wo man sterben muss. Du sagte, sie im Stab. Ja, passiert. Ich dachte, ich bin gut. Du sagte, sie im Stab. Erneut. Okay, Henni, du bist orange. Ja, und du bist am Arsch. Ja, ich weiß. Letzte Chance. Oh. Der Angriff ist daneben gegangen. Bedauerlicherweise. Ja, Bro. So wie Jonas, komm hier. Meine Tastenknatschen voll. Mach ich gerade mal. Auf meiner alten Tastatur haben die auch immer geknatscht. Ja, weil die haben nur klack, klack, klack. Jetzt ist meine Tastatur in Ordnung. Die ist nice, die ich jetzt hab. Stöpendend. Ich glaube, es sieht einfach am Mikrofon, weil es zu nah an dem Ding dran ist. Oh Gott, Maki hat mich auf Facebook angeschrieben. Oh Gott. Gib mir noch drei Minuten aufzittern. Was, das war nicht Maki? Nein, ich hab da durchgekommen. Ich wär da durchgekommen. Ich hab da durchgekommen. Was zu da? Ich rette den Tag. Ich hab deine Friedensspirale gestört. Das ist ein Fehlalarm. Es war nicht Maki. Ist das Maki? Es war nicht Maki. Wer denn? Sorry. Na so. Ich mach jetzt auch noch Friedensspirale für dich, okay? Jooooooon. Wie einfach alle Kreise machen, auszöglich. Ich bin Rebell. Ich nicht. Ich dauere nicht, hey? Oh Gott, Henni hat mein Weg durchkreuzt. Henni! Ich kann mich nicht mehr spirallig fortbewegen. Das ist so traurig. Das ist dein Platz, ihr. Mehr kriegst du nicht. Scheiße. Mehr verdienst du halt einfach. Also, Jonas, du bist schon arrogant geworden. in der letzten Zeit, also wirklich. Ja, ist einfach so. Ja, ist einfach so. Der muss echt mal gefeuert werden. Wirklich. Muss sein. Aber aus dem Weißen mal wirklich. Ich nehm mir erst mal, ich nehm mir erst mal über die Sommerferien erst mal sechs Wochen frei. Was? Natürlich. Ich bin jetzt nur sechs Wochen. Du kriegst aber keinen Urlaub. Jeden Tag ein Video, Junge. Ey, Junge, ich mache das fast jeden Tag, weil es ist für mich einfach selbstverständlich und du machst einfach den Scheiß. War geil zu mir. Dafür kommen meine Besucher ab. Der will doch noch Urlaub haben, weißt du? Urlaub. Der will Urlaub. Von welchem Geld denn bitte, hm? Also nicht von meinem, also wirklich. Doch, von deinem Geld schon. Ne. Wann hast du Ferien? Äh, nächste Woche. Äh, nächste Woche. Nächste Woche. Nächste Woche. Was? Nächste Woche schon? Ja. Ah. Ich habe noch fünf Wochen. Okay. Oh, das ist mies. Ich habe auch noch vier, fünf Wochen, ja. Ich habe nur noch zwei. Zwei unnötige Wochen, wo nichts mehr passieren kann. Und eine Woche später, äh, später Schluss. Wui. Von dem Ferien. Aua. Ja. Das tat weh. Hey, ich kann nicht warten. Du kannst auf mich warten. Hm? Ja. Oh, ey. Ja, Jones. How does it go, you? Äh, mir goes good, und... Und, und... And that's very nice, und so... Let's take a look at the Spielfeld und see... Let's take a look at Page 45. Ja! Mega Arschloch. Mega Arschloch. Richtiger Wichser. Mega Arschloch. Das war so schlecht, das war so schlecht, das war so schlecht. Ich war... Wenn sogar Jonas sagt, dass das so schlecht war. Wüsste das heißen, ne? Nee. Ich meine, er ist der Meister des Schlechten. Das war auch nicht lustig. Wo bin ich jetzt? Weil's wahr ist. Was? Ahahahahaha. 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 Ja. Ja. Ey, was ist das, was du hier hier? Bischum! Was machen wir hier nur? Du! Du! Ich dachte, wir tanzen jetzt! Brrrr! 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 Das sieht aus wie sie eine Pflanze in Paper Mario 1 auf dieser Insel. Tanz mit dem Walross. Das ist cool, wie du gemacht hast, Angel. Hm? Ach nichts. Was? Die hört gar nicht zu. Hm? Was? Mario-Wolf-Paper-Mario? Mario-Luigi-Paper-Champ-Loters? Ich glaub, die kennt das, kennt ihr das Spiel? Ist das schon so alt, dass ihr das Spiel gespielt habt? Kennst du das Spiel? Kennt ihr das? Ich kenn's. Ja, du kennst jetzt? Ja, ja, ich kenn's. Ja, ja, ich kenn's. Irgendwann kommt ein LP davon, dann kennt es jeder. Auf der Welt. Ja, mit, aber du musstest wenn schon mit hier, wie heißt das? Äh, hier, äh, Wii U Dingenshop da machen. Weil, äh, Emulator ist ja eher ein bisschen behindert. Ich weiß, dass Emulator behindert ist, nur hab ich keine Capture Card im Moment! Ja, das singt ja irgendwann! Ja, klar! Ich baue erst wohl das fucking Geld! Nein, meine, meine, meine! Jonas, du hörst doch! Oh, richtig weggeschnappt! Der Wichser! Angeschnappt! Das war nicht witzig! Und trotzdem sag ich! Sorry, aber ich muss es einfach mal sagen! Sorry, aber... Sorry, aber... Ohne Witz jetzt auch so... Gäh! Gäh! Sorry, aber ich hab gewonnen! Gäh! Okay, ähm... Du Wichser! Schnorx! Also, ne... Skilor will... Er hätte Interesse! Skilor? Ja! 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 Seid!